Jo, wir haben uns überlegt, wir borden einfach mal hier so die Inquisition, keine Ahnung, den Duress, wir nehmen einfach mal den Duress, den Duress, das Duress, die Duress, nein, Quatsch, den Zwang, Digger, den Zwang, den Zwang, ja, aber geht ja auf Kreaturen, also ist auch kein Duress, ja, wie findest du den Kill-Infiends, ja, borden wir einfach einmal raus, zwei Drops braucht eh keiner in Deutschland, brauchen wir beide, können wir auch, ja, ne, einen kann man schon mal nehmen, einer metzelt schon, das geht mit Schrivel, ja, wie gesagt, wir haben Spawning Grass, Fork Bowl, Stagger Shock für die kleinen Viecher und der Rest sei jetzt auch nicht so gut, haben wir einmal Heatray gesehen, nur gesehen, nö, wir sind doch trotzdem hier im Finale zurückgegangen, kann er doch jetzt nochmal kommen, fangen wir an, einmal, ja, schöne Hand, sehr schöne Hand, hä, wie gut ist die denn, also wenn jetzt noch Mountain Sumpf wäre, wäre es halt schon so, extrem gut, Fork Bowl ins Gesicht, wo kommst du denn her, turn 22? Wie runnen wir eigentlich so? Na gut, so richtig dick wird er nicht sein, aber, ja, komm halt mal ein Sumpfy, ein Sumpfy würde gelten, oh, hallo, du gildest, ähm, aber den schaffen wir gar nicht ab, ne, hä, mage, ja, den schaffen wir doch mit mage ab, dann einfach, ne, ja, LDO, ja, erstmal gibt's einen Cheap 1er, toller, toller Typ, schade, gegen den machst du nicht so viel, ich weiß nicht, was er dagegen macht, also ich hab noch nichts gesehen, oder? hat er irgendwas gemacht, hat er halt schwarz für irgendwas drin, aber, hat er einen Sumpf, nein, also, ne, hat er echt keinen Sumpf, schade, du wirst gleich sterben, 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 keine fiese Domestication, oder so, ne, ja, die war echt ultra fies, ja, die war echt ultra fies, oh, kann er jetzt aber tappen, mit einer Response, oh, tolle Pate, ähm, ach so, kann er eine Response tappen, ja, ja, aber das ist halt so, klicken wir erstmal an? ja, versuchen wir erstmal anzugreifen, hm, diese tappt er den, das ist auch Rory Bad, oder? ja, wir sind zurück, will wir, ähm, Pinglin in seinem Upkeep, Expert Line, wenn du saßt? ne, warte, ne, das war ihm, obwohl, wenn er drauf in der Riesenwuchs hat, ist ein bisschen besser in seinem Turn zu machen, was macht er denn jetzt? tappt den auch noch, ach so, oh, alles wird getappt, ui, ob unsere Karten nochmal enttappen? naja, läuft einfach nicht, keine Chance, ja, in seinem Upkeep ist er ein bisschen besser, aber, jetzt durften wir nicht. ja, er denkt sich gerade so, Pinglin ist ein fieser Mann, und da muss ich ihm Recht geben. haben wir auch gleich, hoffentlich. mhm. Sumpf. oh man, er tappt uns den. wieso tappt er denn immer? da wird nur getappt, ey. mhm. toll. egal. ja, den erschießen wir auf jeden Fall. und dann leveln wir einfach mal fleißig weiter, ne? Schüsschen. nächste Runde. macht er Lightning Bolt. dickeren Arsch kriegt er auch noch. oh ja. aber ist schon ganz schön teuer, ne? wenn er überlebt, gewinnt man einfach. und von daher darf es auch teuer sein. mhm. nö, so allgemein. er könnte schon ein fettes Team machen. mal, der zum Beispiel. aber den können wir einfach wegbulten. wegbulten, ja. machen wir auch, ne? machen wir auch, ne? nö, machen wir auch. Lumpf, der gilt. dann gucken wir erstmal die Hand an, oder nicht sagen, oder? nö, würde ich auch sagen. schrubbeln kann er dann sogar auch noch der Kingfine. also doch, er hat eine Hand an. er hat doch die Hand. oh. schrubbeln. schrubbeln.